Das ist der Kinky Life aus Grömitz. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit. Derzeit bin ich ein bisschen inaktiv. Ich genieße den Urlaub und habe gerade Verpflegungen geholt, die man hier sieht. Ich nenne jetzt keine Namen. Und möchte auf jeden Fall euch schön grüßen. Wundert euch nicht, dass derzeit keine Videos kommen. Kommt alles wieder. Ist aktuell nur auf Pause. Wie gesagt, ich brauche immer ein bisschen Urlaub. Macht's also gut. Ich melde mich auf jeden Fall wieder bei euch. Bis dahin. Tschütschü. Viele Grüße aus Grömitz. Wunderschöner Ort. Bis dahin euer Kinky. Ciao, ciao.